Vielen Dank, heute sprechen wir über Windows 8 und es ist ein bisschen eine bedrohliche Zeitreise, die wir teilweise machen, weil Trusted Computing verfolgt uns eigentlich schon seit relativ langer Zeit. Was ist Trusted Computing? Da gibt es die Definition von Ron Rivas, dem R von RSA. Worum geht es? Es geht darum, dass die Industrie uns ein neues Sicherheitsmodell verkaufen will. Zu diesem Sicherheitsmodell soll eben in jedem Computer ein Setupbox eingebaut werden, also ein System, wo ein Schlüssel dran ist, wo wir als Besitzer keine Kontrolle haben, sondern die Industrie sich um uns kümmert. Es geht sogar so weit, dass die Industrie übers Netz abfragen kann, ob das System ordentlich gepatcht ist und so weiter. Also Sachen, die denke ich, die ganze Sicherheitsarchitektur und die Philosophie des persönlichen Rechners durchaus adressieren. Wie gesagt, es gab sehr viele Diskussionen da. Ganz interessant ist und das ist auch ein Teil des CCCs. Am 23 C3 gab es eine ziemlich erregt geführte Diskussion über Trusted Computing in der Apple-Welt und da waren einige Sachen erfreulich, andere Sachen unerfreulich. Am erfreulichsten war aber, dass Apple durch diesen Krawall, der damals entstanden ist, bewegt wurde, dieses TPM-Chip nicht zu benutzen und 2009 es relativ heimlich still und leise verschwunden gelassen hat. Allerdings hat sich die Sache drastisch verschärft, dadurch, dass jetzt in der aktuellen Diskussion mit Windows 8 Microsoft es im Moment massiv in den Markt reindrängen will. Das sieht so aus, dass Armgeräte von Windows inzwischen ausgeliefert werden, dass es eingeschaltet wird und auch nicht mehr ohne weiteres ausschaltbar ist. Also Microsoft versucht im Moment massiv, diese Struktur in den Markt zu drängen und riskiert dann auch durchaus Diskussion mit Industrie- und auch Regierungsbehörden, die teilweise sehr unterhaltsam sind. Und am unterhaltsamsten war in der Tat im August, also so kurz nach den Snowden-Enthüllungen, die Diskussion über diese neue Trastinfrastruktur, weil, sagen wir mal, auch wirklich normale Leute in den Verwaltungen und den Behörden sich gefragt haben, ist es eine gute Idee, die gesamte Infrastruktur unserer digitalen Wirtschaft abhängig zu machen, von einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, das unter einer anderen Jurisdiktion ist, nämlich in amerikanischen. Und nach Snowden kam halt natürlich der dritte Punkt, die Vertrauensseligkeit gegenüber einer amerikanischen Rechtsform oder Rechtsstaat zumindest bei sehr vielen Leuten hinterfragt wurde. Und da gab es eine Medienberichterstattung und ich zitiere jetzt relativ gerne da aus der BSI-Stellungnahme, die haben gesagt, dass also die Medien gesagt haben, dass also IT-Experten des Bundes halten Windows 8 geradezu für gefährlich. Dann haben sie irgendwie weiterhin gesagt, andere Medien haben gesagt, zuständigen Fachleute im Wirtschaftsministerium der Bundesverwaltung, BSI, warnen unmissverständlich vor dem Einsatz von Drastic Computing, der neuen Generation in den deutschen Behörden. Jetzt war Microsoft da nur mäßig glücklich, ehrlich gesagt, über die Entwicklung und hat massiv Druck gemacht und dann passierte wieder was, was mir irgendwie so ein bisschen den alten Begriff noch einmal vor Augen führt. Das BSI ist eine Bundesbehörde, die ist unter Städte im Innenministerium. Also da irgendwas Revolutionäres oder auch nur Politisches zu erwarten, ist ein bisschen viel verlangt. Andererseits sind da viele Ingenieure drin und da gibt es das alte Dilbert-Gesetz, dass Ingenieure echt Schwierigkeiten haben zu schwindeln, wenn es um technische Sachen geht. Insofern wird es relativ unterhaltsam, weil das BSI hat natürlich durch politischen Druck gesagt, wir warnen natürlich nicht vor Windows 8. Also ich möchte nochmal betonen, BSI warnt nicht vor Windows 8. Jedoch, einige kritische Experten und Einsatzzenario Windows 8 in Kombination mit einer Hardware mit TPM sind ein bisschen problematisch. Da habe ich gedacht, okay, jetzt haben die Ingenieure doch mal ein paar Worte sagen müssen, lesen wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Und als nächstes kam dann, insbesondere können auf einer Hardware, die mit TPM betrieben wird und Windows 8 durch unbeabsichtigte Fehler des Hardware- und Betriebssystemhersteller, aber auch des Eigentümers, Fehlerzustände entstehen, wo das System dann nicht mehr betreibbar ist. Das kann dazu führen, dass im Fehlerfall neben dem Betriebssystem auch die ganze Hardware nicht einsetzbar ist. Und das ist für Ingenieure immer ein nicht unbedingt befriedigender Zustand. Eine solche Situation ist also von der Ingenieurseite nicht akzeptabel und darüber hinaus gibt es Möglichkeiten von Sabotage Dritter. Da habe ich ja gedacht, es ist schön, es ist echt, dass Leute selbst im politischen Bereich irgendwie dann Sachen so deutlich dementieren, dass wer aufmerksam liest, irgendwie doch etwas zusammenzuckt. Mein erster Gedanke war, aber irgendwie sind sie zu feige zu sagen, dass die US-Regierung Microsoft zwingen könnte, irgendwas nicht zu booten und da sind sie jetzt zu feige gewesen und deswegen schieben sie den unrealistischen Szenario, dass da versehentliche Fehler passieren, die dann die ganze Infrastruktur kaputt machen. Also da habe ich gedacht, naja, ist politisch, aber nicht besonders realistisch. Bis vor wenigen Wochen und da musste ich leider meinen ganzen Vortrag umstellen. Das ist hart, insbesondere wenn es nur ein 30-Minuten-Vortrag ist und ich jetzt, glaube ich, 16 Folien eigentlich nur aus heiße Security zitiere. Warum heiße Security? Das sind nette, freundliche Leute, die nett zu Windows-Administratoren sind und die sensibler sind und nicht so zynisch über Microsoft-Fehler berichten wie ich. Also insofern habe ich gesagt, wenn wir jetzt hier kurz nach Weihnachten sind, schauen wir uns mal das, was diese netten, geduldigen, freundlichen Leute von heiße Security da in den letzten Wochen gemacht haben. Und ich sage es mal vorne ab, es ist unterhaltsam und es geht noch weiter. Also insofern ist das hier nur ein kleiner Zwischenbericht. Es ging los, glaube ich, am November-Patch-Day am 12. Und da hieß es auf einmal, auch die Windows-Server-Admins, die sind immer gewöhnt, aber auch Nutzer müssen dringend handeln. Und dann war die erste Sache, wo ich dann irgendwie meinte, Mist, das muss ich wahrscheinlich doch in meinen Vortrag machen, weil es eine Lücke in der Krypto-Infrastruktur von Windows. Und naja, also das klingt zumindest mal interessant. Zwei andere Patches, da ging es nur um Zero-Deux-Exploits, von Internet-Explorer. Also das trifft nur Leute, die im Internet surfen und dann überwachen wir. Also nicht so tragisch. Ging weiter dann. Jetzt Patchen, Details zur Sicherheitslücke und da war ich dann irgendwie weiter am Grenzen, weil diese Folie konnte ich dann auch in meinem anderen Vortrag verwenden. Offensichtlich sind elliptische Kurven so schwierig, dass man sich selbst bei der Überprüfung einer EDSR-Signatur ins Bein schießen kann. Und Microsoft hat das mal gemacht und dann wurde irgendwie High Security etwas unentspannt Tür und Tor für das Einbringen von Schadstoff, äh, von Schadstoff, von Schadcode. Darum ist es wichtig, die Patches unbedingt einzuspielen, wer das nicht läuft, Gefahr, dass die gesamte Grundinfrastruktur als Waffe gegen das System und den eigenen Rechner eingesetzt werden. Da dachte ich, da muss was los, ein Update muss man jetzt glaube ich doch schnell machen, trifft mich zwar nicht, aber offensichtlich die paar Windows-Updates. Es ging aber dann relativ schnell weiter. Das Update wurde verteilt und dann schrieb, in ähnlicher Situation hat Microsoft das Update nicht mehr verteilt. Moment, im August haben es nicht mehr verteilt. Also irgendwie wird es jetzt komisch. Ich habe dann weitergelesen, wurde es dann natürlich noch komischer. Der nächste Patch hat die Krypto-Sachen nicht so richtig repariert, aber die ganzen Server gingen dann auf einmal nicht und momentan wird das Update verteilt, aber in ähnlicher Situation hat Microsoft das zurückgezogen. Jetzt schon das zweite Mal zurückgezogen. Irgendwie scheinen diese heißen Menschen irgendwas zu ahnen, weil wir werden erraten, was als nächstes kommt. Richtig, es wird nochmal nachgebessert. Heimlichstil und leise ist ein Update außer der Reihe eingespielt worden, um den S-Can-Channel zu patchen. Wir empfehlen dringend, die das installiert haben, das nochmal einzuspielen. Also jetzt schon mal das zweite Mal, wenn ich richtig zähle und gute Idee. Nein, es wird noch schöner. Abwarten. Das war jetzt der November, wir kommen jetzt zum Dezember. Überreichenderweise gab es dann wieder Probleme und dann wurde selbst heiße irgendwie etwas unentspannend, weil offensichtlich haben die mit ihrem Update ihr Rudelzertifikat irgendwie nicht nutzbar gemacht. Und da hatte ich irgendwie eine große Krise, da hatte ich irgendwie so meine Kryptografen-Depression, die so etwa aussieht, Leute, wir reparieren euch alles. Also wir brauchen ein bisschen Geheimnis, sonst kann man logischerweise sagen, wenn man kein Geheimnis hat, kann man sich nicht vom Angreifer unterscheiden. Wir brauchen ein Geheimnis, ganz wenige Bits. Das Einzige, was mir von euch war, passt auf diese auf, lasst die nicht runterlegen. Wenn jemand eine Hartbleed-Anfrage schickt, dann fickt ihm nicht gleich den ganzen Schlüssel und so weiter, aber auch nicht. Dann habe ich gedacht, okay, andere Programme werden am Start gehindert. Das klingt ja mal interessant, mal sehen, was da kommt. Und das ist, möchte ich sagen, in den, glaube ich, 13, 14 Jahren, wo ich hier vordränge, mein erstes Facepalm-Bild. Ist auch Creative Commons da, also insofern ein völlig legales Patch-Bild, aber jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, ist ein weiterer Rückzug und jetzt wird es richtig lustig, weil was will man denn haben, dass es auf jeden Fall mal startet? Windows Defender ist, glaube ich, sowas wie Virenschutz. Das braucht man ja im Windows nimmer so wie früher, aber das Lustige ist, das Update ging nimmer. Die haben ihr Zertifikat kaputt gemacht und dann haben sie ihr Update-Mechanismus kaputt gemacht. Wir können jetzt raten, was als nächstes kommt. Als nächstes sind selbst diese freundlichen, heißen Mitarbeiter etwas unentspannt und haben das schöne Wort verbockt verwendet. Ich habe jetzt irgendwie aufgehören zu zählen, wie viele Updates da genau gemacht worden sind. Ich glaube, wir sind jetzt so etwa bei vier und es geht einigermaßen lustig weiter, wenn man es sich nochmal betrachtet. Zertifikatsinfrastruktur ist beschädigt, auch keine gute Idee. Da war ich dann wirklich entspannt, habe gesagt, egal wie viele Folien ich dann rausschmeißen muss, das muss rein in den Vortrag. Das Update soll manuell heruntergeladen und installiert werden. Ich glaube, die Freude bei den Windows-Admins ist relativ beträchtlich, wenn wir allerdings wissen, dass in einigen Systemen, sagen wir mal so, in Automaten und so weiter, das automatische Update einigermaßen geht, aber manuelles Update extrem schwierig ist, ist das keine allzu lustige Situation. Aber alles wird wieder gut. Oder doch noch nicht? Es scheint nämlich noch nicht am Ende zu sein. Also die Pitches, nachdem sie gesagt haben, wir haben den Update-Mechanismus kaputt gemacht, bitte installiert es manuell, ging der Update dann auf einmal wieder. Interessant, müsste man mal auch gucken, warum. Die Beschreibung der Pitches war nur auf Englisch und einige heiße Security-Leser waren dann in Panik, dass sie irgendwie ein Update in ihrem deutschen System auf einmal was Englisches kriegen. Aber die gute Nachricht, es scheint von Microsoft zu kommen, also... Machen wir mal gut weiter dann in dem Bereich. So, und das ist, glaube ich, die letzte Folie zu dieser lustigen Sache und die ist vom 18. Dezember und die Nachricht ist, dieses Root-Zertifikats-Update ist immer noch nicht abgeschlossen. Also wir warten dann, glaube ich, auf den Januar-Pitch-Dark und vielleicht habe ich dann wieder ein paar Folien, falls ich irgendwie dann beim Easter-Hack oder sowas erzähle, wie dann diese Patch-Sache weitergegangen ist, ohne jetzt allzu sarkastisch zu machen, Was ich jetzt überhaupt nicht vergrößert habe, war die Hinten-Information, dass dann noch ein kritischer Zero-D-Exploit im Internet-Explorer, was irgendwie auch seit zig Monaten raus ist, nicht gepatcht worden ist. Was ich jetzt auch weggelassen habe, ist in so Sachen, wie das Kerperos kaputt gemacht haben, die andere Infrastruktur. Lange Rede, kurzer Sinn, würden Sie solchen Leuten Ihre Sicherheitsinfrastruktur anvertrauen? Ich habe... Hier haben wir einen der tapfersten, der Ja gerufen hat, also... Vielen Dank, dieser jugendliche Optimismus, an dem muss ich auch nochmal arbeiten. Naja, während jetzt also diskutiert wurde, dass also deutsche Behörden nicht vor Windows 8 warnen, jedoch irgendwie noch ein paar Bedenken haben, wenn man den Rechner benutzen will, dann soll man sich überlegen, ob was einsetzen. Aber nochmal, das Besi hat nicht gewarnt, also da muss ich mich echt zwar in die Breche warnen, Es gibt andere Sachen, da sind die demokratischen Entscheidungswege etwas anders organisiert. Die Volksrepublik hat einfach gesagt, Leute, ihr kommt einfach nicht mal auf unsere staatlichen Computer mit Windows 8. Und das ist, glaube ich, eine Ansage, die Microsoft nur so mäßig erfreut hat, wie man sich denken kann. Wer jetzt sagt, Volksrepublik China sind vielleicht nicht die Leute, die man zitieren will, dann tun wir halt einen amerikanischen Multimillionär zitieren. Pruschnay hat irgendwie gesagt, nach Snowden war das Sache, wir können diesen Firmen einfach gar nicht mehr trauen. Und um jetzt mal ein bisschen Boshaftigkeit rauszumachen, man kann von den Firmen teilweise gar nicht verlangen, dass sie sich ordentlich verhalten, wenn irgendwie halt US-Behörden mit Geheimentscheidungen, Geheimgerichten und Geheimknästen vor der Tür stehen, ist es halt für einen normalen Hersteller, selbst wenn es Microsoft ist, die Frage, macht das aus der nationalen Sicherheit? Und übrigens, ihr redet nicht drüber. Also das ist einfach ein grundlegendes Problem. Und ich weiß durchaus, dass Microsoft dagegen rechtlich vorgeht. Aber im Moment, in der Situation, müssen wir damit rechnen, dass wenn die US-Regierung sagt, irgendwie dieser terroristische Staat, im Moment, glaube ich, aktuell Nordkorea, bitte sorgt dafür, dass diese Angriffsrechner in Nordkorea nicht booten. Was sollen denn die armen Microsoft-Leute machen? Ein Freundschaftstreffen in einem kubanischen Lager ist eine Sache, die man nicht unbedingt von ihnen verlangen kann. Also ist es wirklich, ohne jetzt zynisch zu werden, auch bei allen Verständnissen ist bei Microsoft eine Situation, wo man sich hier in Deutschland fragen muss, wollen wir uns von diesem Environment abhängig machen? Und da kommen wir auch wieder ein anderes Zitat, der schon ein bisschen länger ist. Es geht einfach darum, wenn Microsoft diese Schlüssel kontrolliert, dann könnte es zur Marktbeherrschung führen. Die gute Nachricht oder schlechte Nachricht ist, der Marktanteil von Microsoft ist nicht mehr so beeindruckend, wie vielleicht vor zehn Jahren. Dennoch, wenn man weiß, dass irgendwie unsere ganzen Linux-Rechner eigentlich nur auf umgeschmiedenen Windows-Systemen laufen, und wir wissen, dass eigentlich für Hardware-HR schneller dieses Windows-8-Logo relativ zentral ist, dann wissen wir, dass da sich durchaus Sachen ändern können, die das freie Betrieb von Programmen deutlich behindern. Und Wittifer hat das eigentlich kurz zusammengefasst. Also er möchte zwar nicht riskieren, hier ein Slogan zu machen, aber er sieht die Notwendigkeit, dass die Nutzer, die Besitzer, die Schlüssel über den eigenen Computer weiterhin besitzen. Dass sie irgendwie entscheiden können, was sie wollen. Die Entscheidung kann durchaus sein, ich gehe in eine Microsoft-abgesicherte Welt. Das ist eine legitime Entscheidung, aber wenn keine Auswahl ist und wenn Zwang da ist, dann kommen natürlich da einige Probleme. Also hier ist BSI, um nochmal vielleicht was Ernsthaftes zu sagen, BSI hat durchaus gesagt, dass es für einige Anwendern Sicherheitsgewinn dastehen könnte. Für Leute, die sich nicht mehr um den Rechner kümmern sollen. Die sagen, okay, ich vertraue Microsoft, dass die das sicher machen. Nach diesen Patch-D-Folien würde ich den Leuten nochmal anraten, diese Entscheidung nochmal etwas zu überprüfen. Aber im Prinzip ist es eine freie Entscheidung. Es ist in meinen Augen auch eine Definition von Freiheit, dass die Leute sich in selbstgewählte Unfreiheit begeben können. Also insofern ist das durchaus nicht legitim. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wirklich die BSI-Stellungnahme doch relativ hilfreich ist. Mit der kurzen Sache ist es ein berechtigtes Nutzer-Szenario. Aber es muss transparent sein, es muss Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und genau das wird jetzt halt in Windows 8, insbesondere bei einem ARM-System, ausgehebelt. Also so Sachen, dass diese freie Entscheidung, ob ich in diese Sicherheitsstruktur rein will oder nicht, wird im Nutzer abgenommen. Es gibt ein automatisches Aktivieren, also kein Opt-in, also keine Entscheidung, dass ich hier rein will, sondern es wird vorgegeben, dass es drin ist. Die Möglichkeit, da rauszugehen, Opt-out wird auch massiv behindert. Zumindest für ARM-Systeme ist es hinreichend schwierig. Weitere Probleme, wo ich mir auch den Mund fußlich rede, zeitgemäße Kryptografie. Es geht einfach nicht, dass da eine Weiterverwendung von Schar 1 möglich ist. Und da ist auch eine Sache, wo ich einfach sage, ich bin eigentlich von aus Mathematiker, also so Realwelt-Evaluationen über wirtschaftliche Zwänge, sollten eigentlich andere Leute besser können. Aber machen wir uns einfach mal Szenario, wenn man ist ein Hersteller und sagt, wir haben hier einen Chip, der ist fertig, benutzt Schar 1. dann sagt der kleine Kryptograf, das ist unsicher. Dann sagt der Marketingchef, okay, das kostet jetzt 500.000 Euro, das nochmal neu zu stempeln mit Schar 256. Dürften wir es eigentlich weiter benutzen? Dann muss der ehrliche Kryptograf sagen, ja. Und dann argumentieren sie mal in der Situation, wo er sagt, das ist standardkonform, da ist ein bekloppter Kryptograf, der sagt, wir möchten eine stärkere Hash-Funktion haben, brauchen wir aber nicht, um standardkonform zu sein. Wenn irgendwie diese Möglichkeit ist, was massiv Geld spart, weiterhin zu erhalten, dann ist es nicht unrealistisch zu sagen, dass in sehr vielen Situationen dann irgendwie Schar 1 weiterleben wird. Und das ist jetzt auch nochmal vom DIN übernommen, diese Kritik geworden, im internationalen Normprozess. Und man wird abwarten müssen, ob da eine Sensibilität da ist. Weitere Fußnote ist natürlich, da wird standardmäßig 2048-Bit-Kryptografie verwendet, was irgendwie allenfalls für mittelfristige Sicherheit zu erfahren ist. Weiteres Problem ist der Herstellungsprozess. Wenn man dann weiß, dass dieser geheime Schlüssel in dem System ist, wo einem Nutzer nicht geändert werden kann, nicht angefasst werden kann, ist natürlich diese Kenntnis dieses Schlüssels sehr mächtig. Wenn ich als Hersteller die geheimen Schlüssel aller TPMs habe, dann kann ich beliebig einen Schabernack treiben. Also insofern ist es einfach die Frage, wer stellt diese Schlüssel hin, ein ganz praktisches Problem. In der Regel werden diese Schlüssel von einem externen Rechner erzeugt und dann auf die Dinger übertragen. Wenn ich jetzt dazwischen sitze und mir dann eine Kopie-Schlüssel-Datei mache, dann habe ich auf einmal einen Generalschlüssel für diese gesamte Infrastruktur. Also da müssen wirklich bürokratische Kontrollen sein, dass die Leute das einigermaßen ordentlich machen. Auch nochmal realistisch, also die Hersteller von diesen Dingern sitzen teilweise in den USA oder in China. Das sind nicht so die Sachen, denen ich irgendwie ein Grundvertrauen, also ein übermäßiges Grundvertrauen entgegenschleudern würde. Also insofern muss da was gemacht werden. Es muss auch offengelegt werden und zertifiziert werden, wie Windows 8 da rangeht. Und wenn das alles nicht hilft, müssen wir halt mal kartellrechtlich prüfen, ob dieser Ausschluss von Konkurrenz, den Microsoft da macht, irgendwie nachvollziehbar ist. Zur Erinnerung, Microsoft hat tierischen Ärger mit der EU gekriegt, wegen dieser Internet-Explorer-Sache, aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht ansatzweise eine so tiefgreifende Entscheidung, wie die Änderung oder die Etagierung einer kompletten neuen Infrastruktur. Und dass wir uns mal ganz klar verstehen, das ist jetzt keine theoretische Konstruktion. Hier jetzt auch nochmal den Microsoft-Kritigkeit, irgendwie wirklich nicht verdächtigen Heißeticker zu zitieren. Im Juni und auch im Dezember 2013 hat Microsoft einfach ein Boot-Modul anderer Hersteller deaktiviert. mit der Begründung, die erst gar nicht da war und die Begründung, die dann kam, nein, das ist eigentlich ein System, das wir eigentlich gar nicht benutzen und wir wissen gar nicht, was wir da genau gemacht haben und so weiter. Sehr beruhigend. Also eine Sicherheitsinfrastruktur zieht irgendwas zurück und begründet es in keiner Weise irgendwie nachvollziehbar. Und je mehr Sie begründen, desto weniger will man das eigentlich hören. Nochmal, wir reden von denselben Firma, die jetzt irgendwie gerade bis heute irgendwie nicht dazu in der Lage ist, diese Sicherheitsinfrastruktur für Windows 7 auf die Reihe zu kriegen. Nochmal, Windows 7 hat immer noch 56% Marktanteil. Was ich euch gezeigt habe da in dem Bereich, das ist nicht irgendeine Sache, die bei irgendwie Windows XP ist, das ist im Moment die Hauptwelt von Microsoft, die da zusammenknallt. Und wo diese lustige Sache ist, installiert es manuell, wir können nicht mal automatisch updaten in den Gehalt, wir können doch noch automatisch updaten und wahrscheinlich nicht. Wenn wir das mit einem Trusted Computing Chip kombinieren, dann können wir da nicht irgendwie drumherum hacken. Wenn da was kaputt ist, dann ist irgendwie durch die Nichtkenntnis des geheimen Schlüssels in dem Trusted Computing Chip es extrem schwierig, da irgendwie lustig rumzuprogrammieren. Also das ist irgendwie wirklich keine akzeptable Situation. Versuchen wir mal das, was gefordert wurde, dass eine Sicherheitsinfrastruktur, und ich muss nochmal einräumen, im Prinzip wünscht man sich ja als Kryptograf Hardware-Unterstützung. Man wünscht sich einen sicheren Schlüsselstore, und das sind irgendwie Sachen, die im TPM-Startart auch adressiert werden, und die wir jetzt, wir sind Hacker, wir freuen uns nicht, dass ein TPM-Chip eingebaut ist, aber wenn es da ist, können wir versuchen, mal lustige Sachen damit zu machen. Insofern ist die Frage, was könnte man damit machen, ist ein zentraler Punkt, wir könnten natürlich unsere eigenen Schlüssel ersetzen. Dann sind wir nicht mehr in der Trusted-Infrastruktur von Siemens, aber vielleicht von der Trusted-Infrastruktur nehmen wir mehr Vertrauen. Und das ist unterschiedlich. Das kann durchaus das BSI sein, das kann DIN sein, das kann die NIST oder NSE sein, das kann irgendwie der russische Standardisierungsmethode, man kann es auch sein. Ein Punkt ist, dass man wirklich, wenn man eine Sicherheitsarchitektur haben will, wirklich die Möglichkeit hat, die frei zu wählen. Und da ist es zentral, dass wir die TPM-Schlüssel ersetzen müssen. Wir brauchen offene Hardware. Ja, es ist wirklich eine lustige, kryptografische Fingerübung zu zeigen, wenn wir ein System haben, wo man nicht reingucken kann, kann man über so viele Kanäle Sachen rausschmuggeln. Ganz trivial, man hat irgendwie immer irgendwelche Zufallszahlen, da modelliert man einen lustigen Kanal raus und kann dann beliebige Sachen rausschmuggeln. Also ich könnte in dem TPM-Chip einfach irgendwie sagen, okay, wenn da ein bestimmtes Paket kommt, dann schmuckele ich in diesen Random-Nachrichten einfach die Schlüsselinformationen raus, verschlüsselt mit einem NSE-Key und kann das dann über das Ding ablaufen. Also wir brauchen wirklich offene Hardware, wir brauchen offene Software, zumindest an den Schnittstellen. Und wir müssten mal wieder überlegen, ob dieses TPM nicht vielleicht doch besser mit Smartcards zu ersetzen ist. Das ist auch technisch irgendwie recht einfach möglich, weil das TPM ist im Prinzip nicht viel mehr als eine verlötete Smartcard. Also insofern ist die Frage, ob wir Smartkarten, wo wir wirklich, ich mag auch Smartkarten, die kann man in die Hosentasche stellen, es ist irgendwie für die Leute irgendwie nachvollziehbar, dass es irgendwie ein Schlüssel ist, es ist auch ein relativ guter Schutz im Vergleich zu anderen Sachen. Insofern wirklich Smartcards nochmal rangehen. Letzter Punkt, wir brauchen einen alternativen Rechtsnamen, wir brauchen wahrscheinlich einen europäischen Rechtsnamen, wir bräuchten vielleicht eine europäische Vertrauensinfrastruktur. Darum geht es einfach um die Wahl. Also wem vertrauen wir? Und wie gesagt, jetzt in den aktuellen Entwicklungen würde ich tendenziell eher europäischen Behörden vertrauen als NSE oder als chinesische Behörden, die da sind. Andere Leute mögen das anders entscheiden, das ist ein Punkt der Freiheit. Was ich auch relativ wichtig ist, was ich im letzten Vortrag auch schon gesagt habe, es ist schon so, dass wir mit Kryptografie Sicherheit erreichen können, wo die Regierungen im Moment schmählich scheitern. Die Regierung kann nicht dafür sorgen, dass wir nicht abgehört werden, aber wenn wir anfangen, irgendwelche unserer Verschlüsselung, also unsere Hauptverbindungen zu verschlüsseln, das ist jetzt auch kein Hacker-Lyric, sondern das ist genau was im Bereich Google irgendwie seit letztem Jahr massiv passiert, können wir mit Mathematik halt rechtliche Vorgaben und auch Datenschutz erzwingen. Und im Bereich Drastic Community gibt es auch was relativ Interessantes, die sogenannte Direct Anonymous Attestation. Darum geht es, dass es durchaus legitim ist, dass jemand sagt, du möchtest in mein Netzwerk rein, mit einem höheren Vertrauen, bitte zeig mal, dass du alle Sicherheitspatches installiert hast. Das ist durchaus möglicherweise nicht illegitim in einigen Sachen. Aber es ist natürlich schön, wenn man sagt, man hat diese Eigenschaft, man hat es installiert, man muss dann nicht seinen Ausweis vorzeigen. Also Konstruktionen, wo man Zusicherungen macht, aber Identifikation verhindert, sind mathematisch möglich. Und die gute Nachricht ist, das ist dann Mathematik. Wir müssen dann nur der Mathematik trauen, das ist immer noch Arbeit, aber wir müssen keiner Behörde trauen. Wir können sagen, wir haben diese Sicherheitssachen. Und was auch ganz interessant ist, was sich in einem Paper mit Stefan Lux schon 2006 analysiert hat, ist ein sehr feingranulares Sicherheitsmanagement, so dass selbst diese Requirements, dass man vielleicht sogar die Identität aufdecken möchte, ich möchte das nicht in den meisten Szenarien, aber selbst das kann man sehr gut mathematisch modellieren. Also wer da mal reinguckt, ist eine ganz interessante Sache. Leider ist irgendwie das DAA im Moment nicht mehr in so prominenter Stelle in Drastic Computing wie in den Vorentwürfen. Also da werden wir sicher noch mal folgen kommen. Kommen wir zur letzten Folie, wo ich noch mal die wirklich Grundprobleme zusammenfasse. Es ist eine zentrale Frage, wer entscheidet, was bootet. Wenn wir mal ein Szenario denken, ich kann jetzt mal das erste Passwort setzen, Industrie 4.0, eingebettete Systeme, möchten wir möglicherweise Sicherheitsinfrastruktur haben. Was wir nicht möchten, ist, dass es durch einen unbeabsichteten Fehler des Betriebssystems oder des Hardwareherstellers auf einmal gar nichts mehr bootet. Und wenn man dann den Behördenvertretern einfach sagt, Entschuldigung, das ist irgendwie eine Allmacht-Fantasie, aber korrigieren Sie mich, wenn ich als Hacker sage, gebt mir mal eine 2048-Bit-Unterschrift und ich lege damit eine ganze Industrie lahm. Ich revoke einfach den Scrim-Bootloader für Linux mit einer Nachricht, ich kriege irgendwie den Microsoft-Schlüssel, ich schicke einen Update rum und dann sagen wir, die Unterschrift für diesen Bootloader ist zurückgezogen, das hat Microsoft mehrfach gemacht. Wenn Microsoft jetzt dieses Linux-Bootloader zurückzieht, dann bootet auf einmal keine Linux-Systeme mehr. Im Moment bootet es eben über diese Notkonstruktion mit der Signatur von Microsoft, ich bin heute von einem Microsoft-Mitarbeiter informiert worden, dass das nicht einmal der Originalschlüssel ist, der für das Unterschreiben von Microsoft verwendet wird, sondern irgendein anderer Schlüssel. Und wer hat den anderen Schlüssel, der wüsste nicht genau. Und nochmal, die Sache, wo ich gedacht habe, das BSI schiebt es vor, dass irgendwie jemand so doof ist, seine eigene Infrastruktur in die Luft zu jagen, das hat Microsoft in den letzten acht Wochen vorgetanzt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die irgendwie ihre Sicherheitsgruppe aufgelöst haben. Oh, haben sie? Äh, nicht aufgelöst, umorganisiert. Aber irgendwie hatte ich in den letzten zehn Jahren wenig so viel Spaß, Sicherheitslücken von Microsoft durchzuprügeln, wie jetzt in diesem Vortrag. Also irgendwie kommen wir jetzt auch an einen Punkt, wo meine Schadenfreude nicht mehr so groß ist wie vor zehn Jahren. Microsoft hat dazugelernt. Microsoft hat jetzt Open Source nicht als Hauptgegner mehr gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Datenschutz-Schweinereien von Apple ansehe, ist Microsoft wirklich ein weißen Knabe dagegen. Mit anderen Worten, es geht nicht, dass unter Umständen gar nichts mehr bootet. Das ist übrigens auch nicht im Interesse von Microsoft irgendwie. Wenn da eine Katastrophe da ist, dann ist Microsoft, glaube ich, auch juristisch und geschäftlich stark eingering. Insofern würde ich an Microsoft doch dann wirklich appellieren, dass die Gesprächsangebote, die mehrfach in ihre Richtung gekommen sind, doch da angenommen werden. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.